Willkommen zurück zu Let's Play Lego Pirates of the Caribbean, das Videospiel. Im letzten Part haben wir die Story endlich abgeschlossen. Und deshalb können wir uns nun auf die Jagd begeben. 100% Jagd. Dafür kaufen wir jetzt aber erstmal ein paar Sachen. Unter anderem den Stud-Multiplikator mal 4, damit diese Lücke hier gefüllt ist. So, da vorne müssen wir einmal hin, dann bauen wir das hier auf. So, denn wir brauchen dafür einmal Blackbeard, weil hier in diese Tür müssen wir rein. Dann nehmen wir uns mal dieses Fass hier und Brücke hoch. Dort vorne ist, glaube ich, auch noch ein Stud-Multiplikator. Ich glaube, Stud-Multiplikator mal 8 ist hier links. Ja, der nicht. Äh, im Haus. Ist der. Hm. Das hier war, ich weiß es nicht. Schnell graben, ja. Es ist sehr günstig. Den können wir uns ja auch kurz kaufen. Und hier, Blackbeard 500.000. Der erste Charakter, den wir uns kaufen. Ist auch gleichzeitig einer der teuersten Charaktere im Spiel. Aber jetzt können wir hier rein. Das wollte ich noch nicht. Und das hier vorne muss man zerstören. Aber dafür brauchen wir nochmal Serena, um das zu zerstören. Was gibt's hier oben denn noch? Ja, okay. Keine Ahnung, was hier sonst noch ist. Wie? Okay. Hm. Wir können ja mal kurz gucken, wie viel der Stud- Äh, äh, nein. Was man denn genau für den Stud-Multiplikator mal 8 braucht. Vielleicht lügt er da drin auch einfach rum. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er hier drin ist. Ja, komm, du schaffst das. Streng dich an. Ich sag doch, du schaffst das. So. Und dann muss ich hier gucken. Hier vorne ist auf jeden Fall nochmal was für Blackbeard. Ein roter Stein und Unbesiegbarkeit. Eine Million. Ah, okay. Fängt wieder an zu laggen. Naja, so lang ist das Spiel ja nicht mehr. Ja, sind ja schon bald am Ende. Oh, hier ist die Charaktererstellung. Und ich glaub, hier ist nicht das, was ich suche. Ja, sieht zumindest nicht danach aus. Nein, das will ich nicht. Nein, das will ich immer noch nicht. Was kann ich denn mit ihm? Ach ja, ich nehm mich jetzt mit. Und weg. So, aber... Wir müssen hier wieder... Hallo? Halt dich fest. Komm raus hier. Na gut, denn... Er hat doch keine Ahnung, wo es ist. Aber dann nehmen wir den nur mal mit. Ah, vielen Dank, Spiel. Oder vielleicht geht... Ne, hä? Okay, der rote Stein ist... ...wohl... ...verbuggt jetzt. Vielleicht einmal raus oder reingehen. Blackbeard ist auch ein starker Charakter. So, funktioniert's wieder? Ja, okay. So, Unbesiegbarkeit kaufen. Jetzt haben wir ihn. Okay, jetzt... In den... Vier Minuten... Äh, oder fünf Minuten sind wir gerade schon im Part. Und es hat schon sehr... ...oder relativ oft gelegt. Klingt ja schon gut da in der Part. Naja, dann müssen wir jetzt kurz mal Sirena suchen. Ich weiß nämlich nicht, wo sie rumläuft. Aber auch wenn die Lacks hier sind... ...es macht Spaß, das Spiel zu spielen. Hier durch die... ...Sandbo... ...Goldburgen... ...gibt es ja auch noch zwei... ...rote Steine... ...oder rote Hüte. Weiß nicht mehr, was die waren. Schatzmark... Okay. Ach man, ich muss hier... ...ich muss hier mal abwarten. So. Und Schatzmagnet. Und was war das hier? Ach, ups. Jetzt nach Regenarien. Okay, wir sind unbesiegbar da. Brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Gut, dann öffnen wir das hier einmal. Wieder. Kann die Kanone Schaden machen? Keine Ahnung, ich bin unbesiegbar. Das ist... Achso, hier oben ist übrigens Schatz mal 10. Da kommen wir sogar schon ran. Besser können wir aufbauen. Was ist das? Ah. Eine Leiter? Nein. Aha. Ein Aufzug. Und hier ist Schnellbauen. Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich erwartet habe. Nein, 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 nein. Ich habe zumindest gesehen, dass es da irgendwo in den Turmen sein soll. Äh, den... ...der rote Stein, den ich eben angesprochen habe. Achso, hier kann man... Oh, stimmt. Okay. Gut. Stimmt, der Serena, die kann man ja auch so auswählen. Wir haben sie ja schon als Charakter. Ich bin runtergefallen. Schnellbauen können wir auch mal kurz anmachen. Das Geld wird auch nicht mehr allzu lang reichen. Aber das hier rechts können wir noch nicht aufbauen. So, und dann kurz Charakter wechseln. Und schreit. Und Schatz mal vier. In diesem Part werden wir jetzt... ...wahrscheinlich hauptsächlich nur noch... ...kaufen. Und vielleicht kein Level machen. Aber mal gucken. So. Ich hätte gerne einen, der... ...wilberne Sachen zerstören kann. Der kann das. Aber gebracht hat das nichts. Aber wir haben jetzt... ...schatz mal... ...48. Achso, hier sind die Zwischensequenzen. Brauchen wir uns jetzt hier nicht angucken. Und hier vorne kann man aber graben. Wer hat eine Schaufel? Der Hund ist eine Schaufel. Da liegt sogar eine Schaufel. Aber egal. Da war nur Geld drin. Ja gut. Okay. Und was haben wir hier oben auf der Palme? Nichts. Aber ich glaube, von hier aus kann man auf das Dach hoch. Äh, nein. Da kommen wir nicht drauf. Die Palme ist einfach nur Deko. Trotzdem können wir da hochklettern. Na ja. Okay, ich glaube, eine Fackel hat niemand dabei. Die müssen wir dann schon selber herbringen. Hier, ihn suche ich. Wo ist er? Hier. Es gibt da Bonuslevel. Ein, zwei Stück in diesem Spiel. Keine Ahnung, was extra tief ist. Jetzt kaufe ich es einfach mal. Äh. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die mehr sind. Ich glaube, die goldene Tür, die unter uns gerade ist. Äh. Ah, wusste ich es doch. Man kann ja Sachen finden. Die ist, äh, da rechts. Das ist ein Bonuslevel. Aber das werden wir jetzt noch nicht machen. Irgendwann anders. Und es ist doch bestimmt so, dass wenn man auf jedem von diesen Teilen... Oder auch... Nee, ist auch egal. Die Bonuslevel machen wir irgendwann ganz anders. So, dann nehmen wir uns das mal mit. Und ran da. Und nach oben. Das schaffe ich auch. Ohne eine Frau. Oder auch nicht. Nein, nein, nein. Nein. Gut, dann... Ich weiß nicht, kann sie hochspringen? Ja, sie kann hochspringen. So, und... Oben. Dahinter ist nichts, aber was macht das hier? Äh. Wenn das jetzt das Bonuslevel ist, dann verlasse ich das wieder. Es könnte das Bonuslevel sein, so wie es aussieht. Ich habe Nacht gemacht. Das ist nicht das Bonuslevel. Okay, kleiner Charakter. Okay, wir haben einfach nur Nacht gemacht. Das ist nicht das Bonuslevel. Das hat sich ja gelohnt hier. So, aber dann schieß mir das da oben einmal ab. Das soll oben auch noch... Ah, ein roter Stein. Und welcher ist das? Quatsch, wir müssen das Geld hier links und rechts einsammeln. Vom Fallen gerettet werden. Nein, falsche Tasse. Ich will es kaufen. Gut, hier vorne, wenn man das hier gemacht hat, da kam ja auch noch ein goldener Stein raus. Äh, roter Stein. Hier ist eine Fackel. So, Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Ah, da. Satz immer verdoppeln. Okay, nee, kaufen wir mal. Alles anmachen. Und die Fackeln nehmen wir mal mit. Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, die goldene Tür hier vorne ist ein Bonuslevel. Ich... Hier kann man auch rein. Ich weiß nicht, ob die aufgeht, wenn wir da in die Nähe gehen. Nein. Also irgendwas muss man dafür bestimmt machen, dass der aufgeht. Leck. Gut, dann öffnen wir aber das hier mal. Und rein hier. Hier ist nichts. Wofür gibt es das? Oh. Tagsüber konnte man doch sogar noch diese Pistole erfinden. Jetzt nicht mehr. Hm, okay. Gut, dann gehen wir hier unten mal rein. Hm, 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 hm. So. Alles zerstören für Geld. Lag. Ich sagte für Geld, nicht für lags. Ach, roter Stein. Charakterschatz. Halte Taste. So, Charakterschatz haben wir damit auch. Das heißt, wir kriegen jetzt Geld von den Charakteren. Ich weiß nicht, ob es was gibt, wenn man... ...alle Betten hier zerstört. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Muss man mal testen. Wenn man es wissen will. Nein, bringt nichts. Ist hier oben noch was? Na, bis auf Geld ist hier nichts. Gut, da... Obwohl, war da... War da nicht was damit, dass... Nein, mal testen. Ob man vielleicht irgendwas bekommt. Wenn hier alles zerstört ist. Okay, wir können uns ja auch mal anfangen, die ganzen Charaktere zu kaufen. Derek. Eduardo... ...Vilanueva. ...Vilanueva. Philipp. ...Lian? Oder irgendwie anders ausgesprochen. Ist noch einer? Nein. Okay. Ja, okay. So, dann raus. Ah, hä? Ähm. Na gut. Na ja, wird es bestimmt noch mehr geben. Nur... Nur, äh... Wo? Und wie? Weiß ich nicht. Mr. Mercer. Oder Mercer. So. Jetzt wirklich nichts dafür, wenn man auf einmal hier einmal rumgesprungen ist. Das teste ich jetzt. Davy Jones kaufen wir natürlich gleich auch. Nein, okay. Gut. Ich lese jetzt hier nicht jeden Namen vor. Welche Taste. Ja, jetzt muss ich ihn nochmal verprügeln. König George. Der gerade irgendwie eingefroren war. Kann ich das Schwein kaufen? Nein. Das haut nur ab. Gut. Gut, dann gucken wir mal hier. Was man hier noch machen kann. Wie zerstöre ich silberne Sachen unter Wasser. Na gut, vielleicht kann ich von oben einfach drauf schießen. Das wollte ich jetzt nicht, aber... Okay. Ich kann auch nicht wechseln hier. Oh, stimmt ja. Den habe ich noch nicht gekauft. Gut. Herzen regenerieren. So. Schuss. Bringt nichts. Toll. Nee, ich glaube eine aus der Crew von Davy Jones. Hat ja... Achso, dafür ist das. Hat ja Bomben, die er unter Wasser nutzen kann. Nachdem müssten wir mal Ausschau halten und ihn dann kaufen. Gut, aber erst mal sprengen wir hier alles. Bringt das irgendwas? Nö. Irgendwie nicht. Aber naja. Machen wir mal trotzdem. Okay. Ah, toll. Nein, bleib oben. Ach, ja gut. Komm runter. Und nochmal runterfallen. Auch toll. Wir machen mal alles an. So, und das letzte Fass. Nee, gut. Oh, ja doch. Verkleidung. Okay, ich weiß, was das macht. Oder zumindest vermute ich es. Brauchen wir also nicht anmachen. Ach, war hoch. Oh. Das... Bin ich vorhin blind gewesen? Das Netz habe ich jetzt erst gesehen. Wo bin ich jetzt? Achso, jetzt bin ich oben. So, was kann ich hier sehen? Insel. Und da gräbt einer. Ihr lauft doch weiter. Ich weiß ja, wo du als nächstes hin willst. Hä? Du machst gefertigst weiter. Wo bist du jetzt? Da. Schön, der hat es wieder eingegraben. Um es nochmal auszugraben. Hat sich ja bestimmt gelohnt für den. Hallo, du bist daran vorbeigelaufen. Wo will der hin? Gefällt ihm anscheinend nicht, was da rauskommt. Da kommen erst ein Stats raus. Und da ist auch noch Gold drin. In den Kisten so. Da ist doch was Gutes drin. Roter Stein vielleicht. Oder auch nicht. Oder? Verstehe ich nicht. Ist doch genau das gleiche. Ach ja. Ah, sagt. Wie gesagt. Wie ich es wusste. Ich wusste es. Stats. Äh, ja. Schatz mal 10. Jetzt kann man ihn nur nochmal beobachten. Aber das brauchen wir ja nicht. So, jetzt spielt nur noch Stats mal 8. Aber wir kriegen jetzt schon sehr viel Geld. Da konnten wir, hier können wir noch ihn hier kaufen. Und hier rechts können wir noch was, äh, reparieren. Oder unter Wasser laufen auch noch einige rum. Ja, jetzt nicht mehr. Wo ist denn hier Mr. Gips? Schnell reparieren gibt es bestimmt auch noch. Aha. Nein. Hoch mit dir. Schnell schmieden. Ja. Sag dich ja gerade. Davon habe ich gerade gesprochen. Gut, dann laufen wir jetzt hier nochmal lang. Kaufen jeden, den wir auf dem Weg jetzt nochmal sehen. Wie ihn hier. Ja, hier. Oh. Da liegt eine Münze. Ach ja, toll. Moment mal. Nimm die Münze. Kauf sie. Und das hier sollte doch... Oh, hallo. Ach, nö. Ach, ach, Mann. Na gut. Obwohl, nein. Ich bade jetzt noch nicht den Part. Das teste ich jetzt aus. Aber ich bezweifle mal eher, dass man damit, äh, nicht schießen kann. Das funktioniert. So. So. Butterstein. Unter Wasser atmen. Ach, verdammt. Nein, nimm das wieder. Mann. Links ist doch noch mehr. Aber wir können jetzt unter Wasser atmen. Dennoch. Brauchen wir nochmal die Münze. Hier rechts ist... Nein, okay. Da ist nichts mehr. Ich glaube, wenn man die hier killt. Ich weiß nicht, ob das dann auch noch irgendwas Besonderes gebracht hat. Irgendwas habe ich getroffen. Ah, okay. Ich habe die Fässer zerstört. Und jetzt kann man hier rumspringen. Und David Jones läuft hier scheinbar nur am Tag rum. Leider. Gut, wir laufen jetzt nochmal bis ganz nach links. Und gucken, ob hier irgendwer ist, den man kaufen kann. Das Huhn wollte ich nicht treten. Okay, hier ist nicht jemand mehr. Dann... Behende ich ja nun auch erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.